Der Beschäftigungsbonus kommt, Weltsicherheitstag und Wurst aus Niederösterreich für den Vatikan. Herzlich willkommen meine Damen und Herren im 4 aktuell. Geht eine Arbeitskraft in Pension, diese Stelle wird nachbesetzt und zusätzlich ein Lehrling aufgenommen, so wird der Lehrling ab 1. Juli gefördert, denn es kommt der Beschäftigungsbonus. Dieser fördert 50% der Lohnnebenkosten für zusätzliche kommunal steuerpflichtige Jobs für drei Jahre. Zwei Milliarden Euro werden in die Hand genommen, um den heimischen Arbeitsmarkt in dieser Art und Weise zu entlasten, neue Jobs zu schaffen und zukünftig die Arbeitslosigkeit zu senken. Der 28. April steht weltweit ganz im Zeichen der Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz. Auch regionale Unternehmen, wie etwa die Doka in Amstetten, hat diesen Aktionstag genutzt, um auf das Thema Sicherheit hinzuweisen. Nachweislich gehen Unternehmen bis zu 18% des Umsatzes pro Jahr durch Unfallkosten verloren. Bis zu 95% der Arbeitsumfälle bei der Firma Doka gehen auf eigenes Fehlverhalten zurück. Türkische Landwirte haben offenbar die hohe Qualität des heimischen Fleckfis entdeckt. Bei der größten österreichischen Zuchtrinderversteigerung in Bergland bei Melk sorgten sie für gute Verkaufspreise. Mehr als 600 Zuchtrinder kamen bei der jüngsten Rinderversteigerung in Bergland unter den Hammer. Eine Summe, die die neu eröffneten Hallen zum Platzen brachten. Und Michael Schmidkunz aus Hollenstein in der Ips beliefert künftig den Vatikan mit seiner Wurst. Die Salsicha per la Guarda del Papa überzeugte bei einer internationalen Blindverkostung die 30 Mitglieder der Schweizer Garde. Das Fleisch für die Wurst stammt von schottischen Angusrindern. Die Schmidkunz in der Nähe seines Guthofs Hohenlin in Hollenstein an der Ips züchtet interessante Nachrichten. Meine Damen und Herren, das waren es ja auch schon wieder Informationen von M4 Aktuell. Ich wünsche noch gute Unterhaltung mit dem Programm von M4 TV, Ihrem Mostviertelfernsehen. Erstviertelfernsehen.